Geh? Weil du eben ja keinen damage machst und dann für immer sagen könnt ihr, ich bin viel krasser mit dem. Ja, das war ja komisch, weil ich dich schon ein paar Mal getötet hätte. Ah, Quatsch, getötet, sagt er. Ja, vernichtet. So, warte mal. Genau, noch sind wir Kumpels. Und jetzt ändere ich die Regeln, mal schauen. All Wanderers are now hostile. So. Ich konnte nicht, ich konnte nicht haben. Hau mich mal ohne was. Oh wow. Hau einfach zu. Wie rüst sich denn keine Waffe auf? So lange noch, rechts locker bis du keine Waffe hast. Aber da kommt immer eine. Ja, weil du drei Waffen hast anscheinend, oder? Nee, zwei. Okay. Egal, hau einfach mal her. Ja, was? Okay. Okay. So ein kleinere Paner, oder? Hahahaha. 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 Ah! 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 Vielen Dank. Oh nein, der ist gut umschuldig. Werfiger Bauer. Hahaha. Jetzt geht er mit Wahnsinn. Bist du echt stark? Boah, der Move war der Henning Klapp. Boah, der Move war der Henning Klapp. Ich bin klar, wir verlieren den Kopf. Meine letzte Sache, wenn das nicht klappt, dann mach ich es nicht weiter. Ah, Knall! Aber du bist stark! Wenn es dir eine Revanche-Mix gibt, gehen wir mal. Jawoll! Okay, dann hol ich aber kurz den Zauber umschneiden. Ich komme in die Hieser zu, weil wir Feinde haben. Du bist voll, oder? 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 Ich bin nicht gern erlaubt, übrigens. Nutze ruhig dein Ganzpotenzial. Aha, Schüfteilung. Oh, nice. Drohig dein Ganzpotenzial. Kör ist weg. Was ist das? Okay. 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 Danke. Alter, super cool.